Beim ersten Mal Trump gab es noch Generäle und Minister, die ihn gebremst haben. Diesmal säßen da nur noch Gefolgsleute. Der Plan ist schon fertig. Massive Reduzierung der US-Truppen. Die Europäer müssten sich im Ernstfall erst mal allein verteidigen. Hätten also die Erstzuständigkeit für alles außer dem Nuklearschirm. Künftig kommt nur noch bei Bedarf Verstärkung. Aber dann natürlich gegen Bezahlung. Also kein automatischer Beistand nach Artikel 5. Untertitelung des ZDF für funk, 2017